Oh. Kannst du ein bisschen zurücksetzen. Minimal. Perfekt. Und tot. Ja. Jetzt hat es Winkel gehabt. Ja, perfekt. Okay, dann. Warte geht's. Das war ja einfach jetzt. Wo steht der denn? Beim roten Rauch oder was? Im Rauch. Ich habe nur im Rauch gerade gehört. Ah, da fährt er links raus. Komm mal. Ah. Oh, ganz knapp. Ich auch. Ja. Fuck. Doch. Fahrer ist mir... Nee, fahrer nicht schlecht aus. Ist er tot? Ali sind da rechts. Da fährt er, da fährt er. Jetzt gerade ins Rück. Ach, ich bin geschossen. Schön, 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 schön. Ist da einer schwer für einen Begriff oder was? Ah, die sind in Gräben und heiß, 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 heiß. Ich denke, auf Key 5, 6 oder 7, da kannst du Ammunitionen und es runterladen. Heiß, heiß, heiß. Au, 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 au. Ja, dieser. Ja, genau. Vielen Dank. Mmh, gut. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Au, heiß, au, au, au. Ey, nicht schießen. Ey, warte auf. Ja, ja, aus Osten kommen sie. Am besten ist es jetzt hier ruhiger. Na gut, ich komme dann auch mal rüber. Ich klappe ja jetzt wieder alles. Gott, auf einmal kommt so ein Stukas da und da unten nichts. Äh, von oben kommt das. Oh, alter, die Stuka saß perfekt. Ist das geil. Die hat gerade bestimmt einen Trupp, äh, aus dem Leben geböllert. Oh, da kommt der Faktor. Mega. Ja, mega gut. Da ist aber ein Leichtpanzer wieder unten am Fluss. Ist wirklich nah. Und eine Logie ist hier auch. Da ist auch die Mörser. Okay, aber erstmal gedeckt bleiben. Wie gesagt, wenn die uns jetzt hier sehen. Oh. Da fährt er. Wie viel Meter? Sechzig, ja? Ja, passt. Okay, dann mach du die Logi. Sechzig Meter für Logistik, ne? Ja, sollte passen, ja. Schön. Ja, schön. Sauber. So wird's gemacht, meine Damen und Herren. Hör, was ist da hinten noch? Da ist ne Puck, auf der anderen Seite steht ne Puck. Ich seh sie. Hast du, hast du was? Ja, ja, natürlich, natürlich. 30 Meter sind das. 30. Ich versuch die Besatzung. Ja, schön. Ah, fuck, oder? Ja, vorbei. Ich mach's mit dem Ding, warte. Die darf nicht. Die Ladung krieg ich rüber. Ja, ist schon weg. Au, oah, tot. Woraus. Genau die Hauptstraße. Auf der rechten. Bleib hinten im Busch. Ich hab nix gesehen. Wo? Was kleines. Ach, hier an der... Okay. Ja, ist rübergekreuzt. Mensch oder Maschine? Ein Fahrzeug. Ich weiß auch nicht was. Ich konnte so ganz kurz... Da sind Leute ausgestiegen. Ganz nah. Geht direkt am Haus. Folgt mir. It's, it's sneaky. Ja, ich mach Bajonett dran. Einfach bedeckt bleiben in den Büschen. Im Zweifel zwei fahren die wieder weg. Scheiß. Unser Panzer wurde zerstört. Ne, wurde er nicht. Ich geh rechts wieder weg. Ne, hier ist ne Logi. Links. Links Logi. Der läuft zum Truck. Ich mach nen Platz, warte. Wenn er einsteigt. Wenn er einsteigt, dann ist er sofort tot. Und drauf. Hä, was? Wieso hat er meinen ersten Schuss überlebt? Ist rechts dran vorbeigegangen. Nein. Ich hab getroffen. Ist rechts... Nein, nein. Bei mir nicht. Bei mir ist er rechts vorbei. Egal. Ist tot. Okay. Überlebende suchen und wegstoffen. Mach ich die Rappi erst echt kaputt. Genau. Der war alleine. Okay. Sehr gut. Ja, schaufel ab den Kack. Dann wissen wir aber, wo der Panzer hinkommt. Im Zweifel zwei. Dann kommen wir jetzt nach Norden zur Brücke. Und den suchen. Guck mal hier. Der hat uns was übrig gesagt. Alter, iiii. Komm mal her. Warte, ich muss noch... Alter, iiii. Geht, die geht. Rauf ihn mal bitte mit, aber der geht schnell da. Ja, warte. Der hat aber richtig gelitten, der Mann. Äh ja, oh... Glaub ich. Ah, das passt. Kommst du mit? Warte, stopp. Fuck, wir haben gleichzeitig geschossen. Ich hab uns Bad erwischt. Scheiße, hier kommt ein Feindpanzer. Oh fuck. Ja, mach den erstmal platt. Oh ne. Wie ungefähr, ja. Sonst streichen wir hinter dir. Ja, ich hab den Feindscharfschützen erwischt. War da der fucking Panzer. Ja, das war der... Der lag so... Ziemlich frei, ne? Jaja, genau. Ja, genau. Okay, dann hat er noch gelebt. Na ey, der Feindpanzer läuft direkt an mir vorbei. Scheiße. Ja, Abschirm. Ich hol dich. Siehst du den? Ja. Er steht direkt am Gehöft vorne. Deswegen lass deinen laufen. Da kannst du aus der Dicken rausballern. Ich sehe den nicht. Okay, okay, ja. Klingt noch schnell ein. Bis zwei. Ich werd beschossen. Relativ hart. Ich muss jetzt schießen. Mach das. Hab gefeuert. Jo. Lade, lade. Du kannst jetzt nach, ja. Hier rüber. Was macht der da? Ah, vernichtet. Schön. Brauch ich gar nicht mehr schießen. Zauber. Boah, schon wieder hat sie mich sofort danach erwischt. Scheiße.